Bei der Zoom-Knopf geht auch nach unten auf. Ja. Ne, okay. Ich hab vorhin gesagt, ich schalte der Oma auf meine Kamera. Aber ich fühl's halt richtig. Alles bleibt. Wenn ich hier ein�ge, ich hab mir das Ding. Die Aten sind nach hinten. Da haben die Gesichter in der Lage. Da haben sie das Gericht zu halten. Und mit Konten, dann können wir die Handwerker stehen machen. Ich mach mal hier noch. Das geht. Jetzt kommt jetzt noch ein Gericht, die Handwerker zu machen. Das ist wirklich nicht, weil die Handwerker zu machen. Und dann sind die Handwerker zu machen. Das ist die Pfeffese. Das wird so in die Hände. Das ist die Pfeffese. Das ist gut. Was ist das? Dann hast du das hier unten. Das ist nochmal. Was siehst du, hier? Durch die Mitte. Ja. Dann ist die Handlung, Vielen Dank. Ich kann es nicht. Das ist so, wie du siehst. Danke schön. Ja. Das klingt halt anders. Ich hab's nur eins mal da hinten, mein Arm. Hahaha. Geil. Ja. Das ist so, wie du wirst, meine Hälfte. Das ist mein Hälfte. Ich habe ja. Ja. Das war auch nicht mehr. Ich bin so, wie du siehst, wie du siehst. Ich bin so staunend hat. Das ist so, wir haben schon ein Strecz. Ich bin so, wir haben schon... Ja, klar. Das ist so, dass alle genau das sind. Ja, das war gut. Die Füße ist auch schön. Ist das nicht schlecht? Ja, du musst halt diesen Aufgeschlag viel leichter anziehen. Dafür tut es halt einfach nur der Weg. Aber diese Füße auch. Und die zeigen die Leute nicht. Vorkontakt, die man hier feststellt, dann ist die, glaube ich, schon schlecht für den Preis. Also, die sind wirklich 150 oder so, oder? Ja. Also, die sind... Ja, die dicken... Das ist ja noch sehr einfach zu verteilen. Die Leute sagen, das ist ganz klar, weil auch diese Füße nicht... Ja, das ist jetzt so, weil, äh, die wäre es jetzt auch so sehr heavy, oder so. Oder so heißt die. Ja. Ja. Das kann sein. Aber die hier ist eigentlich für... 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 Ich habe das gleiche. Nichts auf den Drammen. Nichts auf den Drammen. Ja, warst du hier was auf den Drammen? Ja, warst du hier was auf den Drammen? Das ist dein Stichlein. Jetzt ist das. Ich habe das schon getroffen. Und ich habe das schon nicht auf den Drammen. Ich habe das schon eine Spannung. Ich habe das schon mal gesehen. Ich habe das schon nicht in der Lage. Es ist ein bisschen aggressiver. Ja, da war es mal sehr, sehr krank. Bauch, würde ich sagen, dass der schneller ist. Und es wird vielleicht noch nicht so gut. Aber es wird nicht so gut. Und es wird ja richtig schön. Aber es wird die Richtigkeit nicht so gut. Das ist komplett nicht so gut. Das ist super interessant. Das Schönste war, ich hatte einen, so ich glaube, es war super, dass er wieder kam.